Die Wirklichkeit entsteht jede Sekunde neu. Und es gibt nur meine Wirklichkeit und Deine Wirklichkeit. Wir sind sehr multidimensionale Wesen. Wir sind viel mehr, als wir vielleicht jetzt ahnen oder spüren. Wir sind viel mehr vernetzt. Wir sind viel mehr eins als Menschheitsfamilie, als wir das jetzt vielleicht im Augenblick wahrnehmen. Wir durchlaufen gemeinsam diesen Entwicklungsprozess. Und Wachstum, Entwicklung, Fortschritt ist das Grundprinzip dieses Universums. Alles will wachsen. Und dieses Wachstum geschieht in Zyklen. Und wenn Du bereit bist, Dich diesen natürlichen Zyklen anzuvertrauen, dann bist Du sicher. Dann bist Du gemehrt. Dann bist Du getragen. Und dann wirst Du jeden Tag aufs neue Geschenk bekommen. Dich diesen Tag aufs neue Geschenk. 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 Untertitelung des ZDF, 2020